In den letzten drei Wochen war auf der Tennisanlage am Schlutterweg in Gandakesee ganz schön was los. Derzeit richtet der Gandakeseeer Tennisverein wieder seine Ferienpassaktion für Kinder und Jugendliche aus, um dem Nachwuchs das Tennisspielen näher zu bringen. Mit vielen kleinen Übungen werden den Kindern Ballgefühl, Spieltechnik und alle Grundlagen vermittelt. Die Tennistrainer werden dabei von Nachwuchsspielern aus dem Verein unterstützt. Mit viel Spaß und Freude toben sich die Kinder beim Spielen aus und vor allem bei den älteren Kindern sieht das Spiel schon richtig gut aus. Auch Familien, die gerne einmal ein paar Bälle spielen wollen, kommen in Gandakesee auf ihre Kosten. Der Verein bietet allen Interessenten kostenlose Schnupperstunden an. Auch der Tennisverein in Burgholzberg hat ein solches Angebot.